ein wunderschöne gute bonjour ja der letzte hat uns angefangen aber es ist der neusten und wir machen dann noch mal weiter ja schon ein person fortgeschickt den tot ok was wir machen müssen wenn du ein person bringt ein sachen ran und so aufgeschickt die besten zu trainieren was ja cool was wird mir aber brauchen aus tatsächlich nach euter lager kapazität weil schon zu wenig und ich auch lager kapazität und deswegen muss man auch ein echter lagerraum bauen wir bauen einfach mal da hinten muss man ein bisschen mehr platz holen und die werden wir hier so los und so los abbauen dann schauen wir mal wie viel da drüben ist das geht da könnt ihr euch auch ein bisschen raschicken und dann holen wir hier die madame ran mit allem was gehört und natürlich muss man die toten mann okay hat das auf maximum da gibt es so und hat du doch die stärkste waffe ausgerüstet das und dann hat man direkt raus schicken ich gibt so und wir gehen in dem maximum mat von 20 von allem von der loira könnte da sind schlecht und mehr was aber gut dann gehen mal um mal auf hängen hin kann ein waff kreien und auch von den dann raschisch pistolas hat wird schon ein schütz ein schützigen dann umar hei du geh mal so etwas und oder so etwas ja frage rauf und passt nicht zusammen denn jetzt also erst sollen nicht erst wollen nicht erst wollen und da gucken wir mal warten mal auf ein outfit ist mir stärkt mir ein persuade stärkt am you persuade alles das hat man braucht stärkt und zu fangen können hat mich stärkt also lohnt sich stärker auf stärkt ob sie rüstet mit einer ausrüstung dann brauche ich mal ein paar präzis mehr präzis mehr rade rüstung mit einer rade rüstung und dann hat es noch mehr Appearance wir haben hier 3 Rüstungen und dann noch besser in den ersten Fällen Was sind wir froh? Was ist aktuell am Boden? Deswegen gibt es so ein Problem dass wir hier eine Rüstung haben weil die Appearance wird erstärkt dann können wir irgendwo ein paar Schmeißen mit dem Gut Ok dann haben wir wir haben alles ein bisschen abgefüllt Ja und ich weiß gar nicht ich bin fertig das war das eigentlich Nein ich will weiter wir gucken Ach Ich kann nicht weiter Das ist das Problem Ich kann aktuell noch nicht weiter ich bin 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 aber aktuell lebt mein worldgood schon von Schott relativ fein da weil nicht das kann ich nicht alles gebraucht wir haben nur Sachen herzustellen aber wir schauen dass wir alles ein bisschen und so weiter und so fort wie weit fällt wie weit fällt bei mir ist immer so weit drauf Geschmangen ist mich tatsächlich ähm was ich da sehe AHHHHH der ist schon da verpasst ähm mal ähm aufhängt gewonnen mir ist ein Handy wir können den einfach schlüsse machen durch 10 zu los sind durch die halten das sind immer besammelt das ist ja eigentlich ein optimal Moment Moment ähm Polo gerade geholt gehen holen wir noch wir wollen noch nicht auch zu viele Turbos aussetzen so wenigst obwohl du mal noch fuffen wappen uuuh aber nicht genug Impacts aktuell Impacts ja du hast noch 6 Stück ja ich sage das ist nicht viel das ist das Problem stimmt 6 Impacts nicht viel sind fand ich in Englisch und ja wenn sie hier ein bisschen draufkommen sind die Präferenz auf Maximum dann gebe ich sie durchsetzen obwohl was was wie viel wie viel Stromproduktion viel viel schnell von heuer ein ich glaube schon ich glaube schon sie bauen das ist immer die Arian das ist schon mal schon aus schenke dann leute ausbilden wie ich komme noch grad so über drinnen das geht nach den ich werde den dote hund mit dingen die dinge die dinge ich weiß ja mit dem dote Raum ausbilden die 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 das die kul und dinge dinge nicht also ins lasken hat zu nuka kohlen aber schuldet im minu kohlen bis sind muss man sowieso lang auch für die heute kommen wieso die sachen die man schon immer super permanent zu wissen wenn die Leute ein bisschen ausgebildet haben wenn man keine Radiostation läuft und hört die Leute mit dem Radio und dann geht es weiter hin läuft es definitiv hin, es ist tatsächlich auch Radio hin aus denen, wo ordentlich Paare geht um einen gewissen Punkt zu haben, wo wir dann da in der Vergrößerin oben beten wo du wirklich ordentlich schnell können und dann geht es weiter weiter so kurze kleine Fallout Shelter und dann geht es weiter ich hoffe dir hat Spaß gemacht so kleinen Ableckraum dann von mir tschüssikowski und wohnerscheinen Have a nice day Tschüss